Herzlich willkommen zum Matt-Rätsel vom 29. April 2022 und das ist ein sehr schönes forciertes Matt. Immer die Schachgebote prüfen, ja, immer die Schachgebote, die forcierten Züge. Es sieht so aus, als ob Turm D8 gewinnen würde, aber dann hat Schwarz hier mit Sicherheit Dauerschach gegen den weißen König, der sich nicht verstecken könnte. Also beginnen wir hier mit dem forcierten Zug Dame G7 Schach, Turmschlicht G7 einziger Zug und jetzt Turmschlicht D8. Schwarz kann nur den Turm dazwischen stellen, aber dann kommt Turmschlicht D8 Schachmatt, da der Turm vom Springer gedeckt ist. Ich hoffe, das habt ihr alle gefunden und ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder.